Guten Tag. Ich sagte dreimal guten Tag. Aber ja, jetzt kommen wir her. Er wird also den dritten Weltkrieg verhindern wollen. Wird er das haben? Das ist ja ein Versprechen. Aber ja, sehen wir das hier. Mag ich nicht. Steht 5154 zu 1. Aber wo ist die 1? Zulesen. Und auch hier bei welchem Kommentar? Doch nicht von Staatsinformation. War vor 0 Sekunden dieser Text hier. Ey, Daumen hoch. Oder ja. Beende ihn und ich beginne den Warentritten. Ihr könnt gerne weiterlesen. Danke fürs Zugehört haben. Video ist beendet gleich. Ey, geh mal auf Stopp oder ja.